Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Mörder-Mystery-Video mit... Hello, it's me. Hello. Ah, sehr gut. Jetzt geht's los. Das haben wir lange gebraucht. Mit Khan, Lena und Tom. Ich bin nicht da. Wir sind heute zu viert. Ich hab Khan gar nicht gehört. Wir sind heute zu viert beim Mörder-Mystery. Ich bin nicht da. Wo bist du denn sonst? Und das wird unlustig, was du sagen willst, Khan. Ich weiß es halt jetzt schon. Ja, Leute, also meine Facecam, ich hab's, äh, also, ich hab's, äh, ja, so ein bisschen vermasselt. Ich hab etwas zu Hause vergessen und dementsprechend gibt es bei paar Aufnahmen diese Woche keine Facecam. Ja, Khan, bist du der Mörder? Vielleicht. Khan. Warum geht die Tür zu? Ah! Leute! Daniel ist es. Ja! Oh. So, okay, also Wichtigste, Wichtigste hab ich direkt schon mal erledigt. Khan hab ich erst mal. Nein, nicht Tom schon wieder. Nein. Oh Gott. Mr. Chef, könnten Sie, ja, bitte, retten Sie mich. Oh, dang it. Oh, dang it. Retten Sie mich. Damn, wie... Sehr gut doch. Alter, wie kann denn das sein, dass Tom so ein starker Sheriff ist? Spielst du das grad zum ersten Mal? Ja. Alter, ich möchte gern, ich möchte... Aufnahmeabbruch. Ganz kurz, wollen wir das vielleicht so machen, dass, wenn man tot ist, auch nichts mehr sagen darf? Achso, ja, können wir machen, damit man nicht verrät, wer, wer es ist, ne? Ja, oder man sagt allgemein nicht, wer es ist. Ja, Khan, niemand würde das wahrscheinlich machen, außer dir. Ja, als ob. Als ob, Tom, Lena, hättet ihr das gerade auch gesagt, wenn Danja dran wäre? Ja, ich hätt's nicht verraten. Guck mal, warum seid ihr denn so still auf einmal? Niemals. Aber jetzt, ab sofort, sind wir still, okay? Mhm. Alles klar. Oh, ich krieg zu viel hier. Ich bin unschuldig. Oh, glaub ich denn nicht. Ich bin unschuldig. Weiß ich nicht, find ich's, weiß ich jetzt nicht. Okay, wer ist das? Ja, irgendeiner von euch muss ja Sheriff sein, wahrscheinlich, oder Mörder. Who is it? Und irgendwo ist Lena. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es Lena sein könnte. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Bin irgendwie eingesperrt hier. Wo bin ich hier? Sag mal, was ist das hier für ein komisches Labyrinth? Kann da, hat einer die Karte? Äh, nee, ich glaub, ne Karte gibt's ja nicht. Ich bin hier komplett lost, Leute. Wirklich ab. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Danke. Ah, okay. Jetzt wurde ich teleportiert. Das ist so unversichtlich, An. Wo seid ihr? Hä? Ah, da bist du, dann ja. Hallo. Kahn. Macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh. Oh, 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 oh. Oh, wer is it? Wer is it? Ich glaub's ja wohl nicht. Danja? Wo bist du denn? Ja, 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 ja. Bist du's? Alter, ich wusste es. Ja, ja, komm, 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 Komm. Ich wusste es, dass du's bist. Come to me, come to me. Let's meet. Wer hat Kahn ermordet? Tom anscheinend. Gib es doch nicht. Wo seid ihr denn, Mann? Ey, das gibt doch... Ja, Mann. Yes. Dann ja, ich hätte wirklich einen Vorschlag, weil, also, es wird immer schwierig. Jetzt, er hat einen Vorschlag. Was ist schwierig? Warte, warte, stopp, aber ich glaub, der ist wirklich cool. Wollen wir es vielleicht wie bei Among Us machen, dass wir uns in den Runden stumm stellen? Können wir machen, theoretisch. Weil dann ist es noch spannender. Das wird ein Chaos, Leute. Ich wollt's grad sagen. Ja, aber ist doch so. Lass uns mal eine Runde versuchen. Das Krankenhaus, ich glaub, da waren wir oft nicht. Also, mir sagt eh keine Karte, war es wirklich keine Map. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo wir immer so sind. Okay, okay, dann stellen wir uns jetzt stumm und dann schauen wir mal, ob das besser funktioniert oder spannender wird für euch. Okay, bye, bye. Ich bin ja mal gespannt, ey. Komm schon, ich will wieder Mörder sein. Das hat so gut funktioniert. Alter, ich bin schon wieder Mörder. Das gibt es einfach nicht. Okay, so, jetzt bin ich gespannt und natürlich bin ich wieder unschuldig. Hallo. Oh nein, nicht schon wieder. Bin ich jetzt dann ja 2.0? Das kann einfach nicht sein, ehrlich. Das kann einfach nicht sein. Das Krankenhaus ist jetzt nicht so gut, weil, also ich sag mal so, das Krankenhaus ist nicht super groß und da haben wir halt das Problem, Leute. Da haben wir das Problem. So, ich sehe Lena. Hallo, Lena. Oh, das irgendwie passt nicht. Und Kahn ist hier. Kahn. Eine Waffe. Ach ja, wir haben alle Waffen, ne? Oh, und Daniel ist auch hier. Oh nein, wir sind alle hier. Hier sind alle? Oh, guck mal, hier sind alle. Wer macht es? Wer macht den Move? Ja, jetzt sind wir alle zu viert hier und warten, oder was? Ich muss beobachten. Ich muss beobachten und ich darf jetzt hier nicht den Falschen umlegen. Da müssen wir halt mal gehen, ne? Irgendeiner, irgendeiner von euch Halunken ist der Sheriff, aber ich weiß nicht wer. Steht mir hier alle? Etwas, was Danja nicht hat. Och, Mann! Danja? So, jetzt muss ich nur noch Kahn erwischen. Lass mal. Kahn! Bleib stehen! Die Krise. Natürlich ist Kahn der Sheriff, Mann! Nein! Nein, 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 nein! Du schießt wie dich. Du machst wie dich fertig. Du erschießt wie dich. No! Doch! Naja, dann! Oh! Let's go! Och, Mann, ey! Danja, darf ich mich mal fragen, warum bist du jetzt dreimal hintereinander Mörderin? Ja, viermal eigentlich, weil wir ja noch eine Proberunde gemacht haben. Hä? Kaufst du die ganze Zeit was? Nein, man kann das auch nicht kaufen mit diesem Spiel. Es war einfach tatsächlich mal Glück. Ja, aber trotzdem, trotzdem möchte ich einmal sagen, dass du richtig schlecht gerade warst. Ja, war ich auch. Wir waren einfach in einem Raum und du hast mich nicht bekommen. Also, wir haben es ja auch nicht leicht gemacht, dadurch, dass wir die ganze Zeit auf einmal da rumgelaufen sind. Hm, ja, ich hab mir gedacht, jetzt oder nie. Aber macht so mehr Spaß, oder? Ist okay, ja. So, okay, nächste Runde. Gut, wieder unschuldig, wieder nichts zu tun. Unschuldig, das passt doch ein bisschen mehr zu mir. Okay, let's go. Let's go. Ich bin der Sheriff. Junge, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Ah! Das ist nicht wirklich. Das kann nicht sein. Das, ich schwöre euch, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, dass ich nichts gemacht habe. Ich, ich sag euch ehrlich, ich, ich weiß nicht warum. Ist niemand, oh, Kahn. Dann ja auch. Was heißt, vielleicht hat die Kahn... Na, nein. Nein. Nein, verdammt. Oh, nein, und Kahn ist schon wieder der Sheriff. Ich krieg die Krise. Jetzt habe ich natürlich allen geoutet, dass ich das bin. Oh, oh. Das sind zu viele. Das sind zu viele Menschen. Ich, ich, ja. I don't like. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Danja. Danja, ihr seid... Oh, mein Gott, hier. I cannot believe it. Zickzack. Zickzack. Kann ich... Los, Kahn. It's Danja. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Nein, verdammt. Oh. Ich habe dich schon wieder nicht getroffen. Was ist denn los die ganze Zeit? Warum treffe ich denn nicht? Ja, komm, wenn du stirbst, dann schnappe ich mir die Dinges. Juhu. Lena, kannst du mir jetzt bitte vorgehen? Hallo. Muss ich hier leider mal ein bisschen campen? Okay, er steht da. Kommt da um die Ecke. Ja, du musst hier reinkommen, Kahn. Ist schon okay. Du kannst hier reinkommen. Das ist sicher. Och, Mann. Ey, Kahn, das ist jetzt nicht dein Ernst. Sag mal, was bist du eigentlich für ein Sheriff? Och, Mann. Sie kann... Messer werfen? Ich weiß auch nicht, wie das mit diesem Messer werfen war. Ja, du musst sie auch erwischen. Jetzt zieh doch mal. Oh. Ja. Okay. Ja. Damit habe ich den Sheriff. Und Lena hat sich noch nicht die neue Waffe geholt. Äh, die Waffe geholt von ihm. Das heißt, komm schon, jetzt ist aber auch mal... Jetzt. Ja. Woll. Super. Mach richtig viel Spaß gerade. Ich schwöre euch, ich mache nichts. Ich mache... Ich... Ich wirklich... Ich bin... Ich weiß nicht, warum. Also, ich muss auch sagen, aber trotzdem, ich war als Sheriff gerade richtig schlecht. Ja. Also, sorry, das muss ich auch mal zugeben. Also, ich war schon ein bisschen Daniel-like. Das ist schon okay, Khan. So, Daniel, kannst du jetzt mal... Was kaufst du die ganze Zeit? Ich kaufe nichts. Du kannst es dir in diesem Spiel nicht kaufen. Du kannst doch selber gucken. Du kannst dir hier keine Chancen kaufen. Das ist nicht Eat or Die. Doch. Bestimmt. Ich denke auch die ganze Zeit so... Also, eigentlich habe ich einen Vorteil, weil mit jeder Runde wird es unwahrscheinlicher, dass ich schon wieder Mörder bin. Mhm. Stimmt. Und trotzdem wirst du es immer wieder. Ja, jetzt mal nicht. Oh, ich bin Sheriff. Unschuldig. Traurig. Ich habe keine Ahnung, ob man als Sheriff auch irgendwie so verdeckt spielen muss, dass man das irgendwie nicht mitkriegt oder so. Dass ich der Sheriff bin. Nicht Mörder ist ja auch mal nett. Oh je, da kommt direkt schon Lena. Aber ich glaube, sie hat Angst. Ich glaube, sie hat so ein bisschen Angst, dass ich es sein könnte. Aber ob ich hier noch sicher bin, ich glaube, ich kriege mal vielleicht... So, ne, der geht sich hoch. Könnte halt sein, dass es Lena ist. Aber ich weiß, dass ich es diesmal nicht bin. Ah, das dann, ja. Gucken wir mal, was die so macht. Oh, Tom, Tom, Tom. Warte mal, Tom hat doch ein Messer. Oh. Da sind noch mehrere. Könnte gut sein, dass es Lena ist. Ich kann mir vorstellen, dass es Lena ist. Leute, meint ihr, es ist Lena? Achso, ihr wisst ja, wer es ist. Ich glaube, Lena ist es. Danja kommt da nicht. Oh, nein. Nein, das ist Khan. It's Khan. Da ist Lena. Okay, sehr gut. It's Khan. Oh no. And now he's coming after me. Ich, ich geh mal hier, ich geh hier rein. Ich darf jetzt eigentlich, weil wenn Danja das jetzt gleich sieht, dann hab ich ein Problem. Bin jetzt hier im Auto. Oh, das kann man ja gar nicht zumachen, Mann. Oh nein. Tom, hast du, warst du, bitte sag mir, du warst Sheriff. Yes, du warst Sheriff. No. Ich drücke, ich drücke doch. Wenn ich mich hier halt verstecke, dann kann ich im Prinzip dafür sorgen, dass mich die Person nicht findet. Jetzt frage ich mich, wo Danja ist. Und trotzdem würde ich gerne wissen, wer es ist. Wo hat sich Danja versteckt? Da. Komm hin. Khan ist noch am Leben, das finde ich. Es ist einfach Khan. Oh nein, ey. Oh nein, es ist einfach Khan. Es ist einfach Khan. Wie kann ich das denn werfen? Oh nein, und er hat, er hat auch Tom schon erwischt. Ich hab ihn gerade liegen sehen. Das Schicksal liegt in Danjas Händen, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir sehen sie gleich. Ich hab Tom gerade schon liegen sehen. Oh nein, oh nein. Ich hoffe, er hat Lena noch nicht erwischt. Zickzack. Zickzack laufen. Ich muss im Zickzack laufen. So. Aber sowas von. Danja, ich hätte mal eine Frage. Was? Wie kann man ein Messer werfen? Das passiert irgendwie automatisch, wenn du es lange an der Hand hast. Okay, komisch. Ja, also das war mal eine richtig gute Runde. Ich hab die Hoffnung, dass ich es noch schaffen würde, weil ich wenigstens die Waffe bekommen habe. Aber da ist ja nichts. Ich konnte nicht schießen. Ja, das war schon ziemlich schwach. Das war schon ziemlich schwach. Muss man einfach wirklich mit der Maustaste links noch klicken, dass sie schießt? Oder wie ist das? Äh, ja, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Also wie gesagt, also Sheriff... Ja, merke ich. ...ist tatsächlich doch nicht so einfach. Ja, Sheriff ist sehr schwer. Bei mir schießt das auch nicht so richtig. Ich hab die ganze Zeit nur geklickt, immer versucht auf Kahn, aber es löste sich einfach keinen Schuss und ich dachte, ja super. Ja, I know. Das ist nicht der Ernst. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Äh, ich hab das Gefühl, ich muss dran glauben. Okay, schon wieder Sheriff. Äh, herzlich willkommen im Unschuldig-Club. Unschuldig sein Club. Das ist nicht möglich, Alter. Es ist einfach nicht möglich. Okay, Tom ist der Sheriff anscheinend. Tom ist der Sheriff. Dann bleib ich mal in der Nähe von Tom am besten, oder? Dann bleib ich mal am besten in der Nähe von Tom. Warum schießt du denn nicht? Aber sie ist es doch, oder? Sie verfolgt mich halt voll. Hey, warum schießt du auf mich? Hallo! Ja, ich glaub, sie ist es. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es ist. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Ich frag mich jetzt, ob Tom sich fragt, ob ich die Mörderin bin, oder ob Tom sich denkt, ich suche hier nach, äh, nach Schutz. Kann natürlich alles sein, ne? Tom ist natürlich auch klug, dass sie die ganze Zeit mit, äh, mit seiner Pistole rumläuft. Aber sie hat doch kein, kein Messer irgendwie in der Hand, aber sie, nicht permanent. Oh nein, das Problem ist. Oh, wieder dann, ja? Okay. Ja. Nein, hallo. Okay. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat sie mich jetzt erwischt. Und jetzt noch, Lena. Komm schon. Komm schon. Komm her, Lena. Hä? Yes! Ich hatte doch gar keine Waffe. Wow. Das macht so viel Spaß. Du hast mich die ganze Zeit verfolgt, dann habe ich zweimal auf dich geschossen, dann war ich mir aber nicht sicher, ob du es warst. Und weil ich nicht wusste, ob es einen Unterschied macht, wenn man einen Unschuldigen irgendwie ermordet oder so. Ja, dann stirbst du nämlich selber. Ja, und dann habe ich es nämlich erst sein gelassen und dann bin ich an der Träume. Ja, toll. Deswegen hast du mich gekriegt. Ich dachte mir, ich mache mal so einen auf Unschuldig und verfolge dich, weil du hast mir ja gezeigt, dass du der Sheriff bist, freundlicherweise. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich laufe mal hinterher, dann denkt er vielleicht, dass ich Schutz suche. Ja, aber ich fand es sehr sassig. Ich habe ja auch zweimal auf dich geschossen, aber nicht getroffen. Toll. Danja, also ich weiß nicht, was für einen Cheat du hier aktiviert hast, aber ist nicht fair. Ich habe keinen Cheat aktiviert, aber ich bin die ganze Zeit so um lachen, weil es so dumm ist, dass ich da nicht Mörder bin. Ja, toll. Und ich bin schon wieder unschuldig. Ey, ist nicht euer Ernst. Oh nein, Alter, jetzt bin ich Sheriff. Oh nein, Alter, das ist nicht wahr. Das kann es einfach nicht sein, ehrlich. Keine Ahnung genau, was ich machen muss. Ich hasse, Sheriff zu sein. Das ist so schlimm. Ich hasse das so doll. Ich hasse das so. Es ist so furchtbar. Ich dachte, das tut nie auf. Da steht Danja einfach. Das ist, äh, nein. Das dauert Danja, oder? Das ist Danja. Das will niemand. Da ist Tom. Man da irgendwie durch. Ah, okay, man kann hier rein. Alter, das ist... Nein! Sieg! Oh, oh, wir haben gewonnen. Was ist jetzt passiert? Sieg! Was ist passiert? Hä, was? Ich war Sheriff. Wat? Oh, Tom. Oh, Tom. Aber wir haben... Das Ding ist, Tom und ich haben uns beide gleichzeitig angegriffen. Deshalb seht ihr auch gerade, wir sind beide tot. Ah, okay. Aber gut. Wir haben uns einfach... Ich dachte gerade so, hä, warum wird mein Bildschirm schwarz? Und kann ich nichts mehr sehen? Bei mir auch. Das habe ich auch noch nie gesagt. Aber weißt du, was gut ist? Exakt gleichzeitig. Weißt du, was gut ist? Lena, wir haben gewonnen. Ja. Bei mir stand Sieg. Da freue ich mich doch. Ich glaube, Lena, du warst heute noch gar nicht Mörderin, ne? Nee, ich warte die ganze Zeit drauf. Ich habe gerade dasselbe Schicksal, was Danja immer hatte. Stimmt, bei Among Us. Das ist true. Ey, ich hunge nicht. Ich habe das Sheriff, Alter. Bitte nicht. Let's go. Unschuldig. Nichts zu tun. Bitte nicht. Oh, nein, Mann. Ach, nee. Jetzt gehen wir nicht auf die Nervenkern. Ich weiß, du willst mich jetzt nur ärgern. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Oh, nein, da kann man nicht durch. Nein, oh Gott. Okay, irgendwo geht es hier ab. Okay, Danja ist Sheriff. Okay, Danja ist Sheriff. Sie ist da. Nein, verdammt. Und ich dachte erst, du willst mich nur ärgern. Och, Mann. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut manchmal. Also, da wundere ich mich selbst. Mann, ich war halt auch Sheriff. Ich war halt auch Sheriff. Ey, kann ich auch mal bitte Mörder sein? Bitte? Einmal? Ich habe gerade gedacht, es muss jetzt Lena sein eigentlich. Aber nö. Ja, ich habe auch gedacht, so langsam muss es doch mal langsam. Einfach das ganze Video. Das ganze Video wird Lena heute. Keine Mörderin sein. Oh, das Hotel ist gut. Kommt zu Hotel. Kommt zu Hotel. Das ist groß. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja gut. Das Hotel ist gar nicht so groß. Doch, das Hotel ist gut, weil es halt voll groß ist und es gibt viele Verstecke. Okay, unschuldig. Das ist perfekt, weil ich werde mich jetzt verstecken. Okay, jetzt einfach hier mal ein cooles Spiel abliefern als Sheriff. Oder man ist schon wieder Mörderin. Yay, Alter. Was ist das für ein Leben, ey. Was ist das für ein Live, Leute. Was ist das für ein Live? Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass man sich quasi offenbaren kann als Sheriff. war, um den Sheriff zu finden, falls der nämlich seinen Job nicht gut macht, dass ich mir die Waffe snappe und dann den Mörder verfolge. Don't do it, girl. Let's go. Let's go. Nein! Oh! Woher wusstest du das? Ich schon wieder Mörderin. Nicht noch einmal. Das ging ja schnell. Nicht noch einmal. Alter, woher wusstest du das? Das ist ja schon wieder. Och Mann. Du warst genauso sass wie eben, wo du mir hinterhergelaufen bist. Das ist doch Scam. Ich rieche doch den Scam. Daniel, jetzt gib mir mal den Titel. Jetzt reicht's aber. Ich würd's euch echt gönnen. Ich stelle auch die ganze Zeit so, nein, das kann doch nicht sein schon wieder. Wir beenden das Video, wenn ich endlich Mörder bin. Dass dieses Video endet, wenn Lena Mörder ist und gewinnt. Genau, das kann bis morgen früh jetzt hier andauern. Alter, ich krieg die Krise. Tom, woher wusstest du das? Woher wusstest du das? Du warst genauso auffällig wie da das eine Mal, wo du mir hinterhergelaufen bist. Och, ich krieg die Krise. Aber wie gut du auch als Sheriff bist, ey. Ich vermisse mich. Leute, ich glaub, wir haben ein Roblox-Spiel gefunden, wo Tom richtig gut drin ist. Was soll ich dazu sagen? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Kahn, ey, jetzt... Ja, ja, ich hab's gesehen, sorry. Das war so obvious, Kahn. Also wirklich viel offensichtlicher kann man's halt echt nicht machen. Also das war ja jetzt... Also Entschuldigung. Wir nehmen jetzt so lange Videos auf. Und das ist sein Trick. Ernsthaft? I don't like that. Oh, oh. Ich werde verfolgt. Ja, warum ist die auf einmal so schnell? Verhoffen Sie mir. Ich mag das nicht. Alles sehr sass hier. I don't like... Nein, dann ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was mach ich jetzt? Ich will hier weg. Diesmal warte ich. Nein, Tom, du bist auch noch da. Ich werd nicht mehr. Ich glaub irgendwie nicht, dass es Tom ist. Die müssen natürlich sehen, wie ich mich hier verstecke. Das wär halt ganz gut. Das Ding ist, wenn's Kahn wäre, hab ich das Gefühl, wär halt auch schon was passiert. Nein. Ich will mit niemandem hier in Kontakt treten. Ich will meine Ruhe haben. Bitte lassen Sie mich gehen. Muss jetzt dann ja erstmal erwischen. Kann aber halt auch sein, dass der uns einfach nur hochnimmt. Ich weiß es nicht. Oh, sehr gut. Sie war auch Sheriff. Sehr gut. Das kann nicht sein. Oh, das ist doch super. Es ist Kahn. Wirklich. Wo ist denn Tom? Ich glaub, Tom hat sich versteckt. Das heißt, ja, er verfolgt mich. Jetzt sollst du hier die ganze Zeit im Kreis. Jetzt kämmt der hier. Oh, Leute. Gut, dann such ich jetzt Tom. Oh, das Kahn. Oh, nee. Ich weiß nicht, wer von den beiden es ist. Nein, Tom, das ist A&L. Könnten Sie bitte gehen? Oh, es ist Kahn. Oh, es ist Kahn. Komm schon. Tom muss sich noch erwischen. Komm schon. Nein. Nicht hinter mir her. Nicht hinter mir her. Okay, Tom habe ich zumindest noch erwischt. Okay. Oh, ja. Perfekt. Komm hier hin. Nee. Och, nee. Ey, nein. Äh. Ach, Mann. Oh, toll. Oh, das ist ja langweilig. Was denn? Ist die Zeit abgelaufen? Dein Ernst? Ja. Wow. Einfach nur wow. Oh, Danja, ich habe dich gesucht. Ich wollte mir die Waffe schnappen. Mann, ich wollte... Danja, wie machst du das mit dem Messer werfen? Das passiert irgendwie im Automat. Nö, tut es nicht. Ich glaube, du musst vielleicht halt einfach mal die Rechtstaste ein bisschen länger gedrückt. Habe ich. Aber es hat nicht funktioniert, weil ich hätte gerne das Messer auf Lena geworfen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Es ging einfach nicht. Hätten wir mal nicht das Tutorial bei Mörder-Mistory-Übersprung damals, ne? Mhm. Komm schon, jetzt muss es aber auch mal Lena werden, oder? Weine, wenn es diese Runde nicht ist. Ich weine. So, jetzt aber. Also jetzt bin ich unschuldig. Jetzt Lena, Tom, Mörder und Sheriff. Oh, jetzt bin ich Sheriff. Und unschuldig. Ihr habt jetzt leider keine Facecam. Komm, Lena, Tom, Mörder und Sheriff. Danja hat es zu viel Glück in letzter Zeit. Aus irgendeinem Grund... Hahaha, sie war Sheriff. Oh, ist das schön, ist das schön, ist das schön. No way. No way. Ey, das geht bitte einfach nicht. Okay, es ist Kahn. Oh, ein Glück weiß Kahn nicht, wie man ein Messer wirft, ne? Komm hier hin. Ich hoffe, er wird es auch nie lernen. Nein, oh nein, 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 nein. Oh, Tom hat die Waffe. Tom hat die Waffe, das ist gar nicht gut. Tom hat die Waffe. Komm schon, Tom. Okay, Tom hat die Waffe. Tom ist richtig gut an der Waffe. Tom ist richtig, richtig gut mit der Sheriff-Waffe. Weiß nicht, woher ist das Problem. Tom, ich glaub an dich. Du kannst das schaffen, Tom. Tom, sei der Held des Tages. Go and get him. Hier bin ich. Hier bin ich. Hey. Boah, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Warum schießt das Ding nicht? Boah, das ist so knapp. Nein, verdammt. Es schießt einfach. Warum schießt es denn nicht? Oh Mann. Du kannst mal den Ton anmachen, dann hörst du, wie lange das nachlädt. Das dauert nämlich ein bisschen. Oh, sehr gut. Es ist so schlimm, ey. Es ist so schlimm einfach. Okay, eine Runde noch. Und jetzt muss es mal Lena oder Tom werden, der Mörder. Was wollt ihr? Mir ist egal. Okay, Tom will hier hin, dann gehen wir jetzt hier hin. Okay. Tom will zum Workplace. Willst du uns damit was sagen, Tom? Unterschwellig. Tom will nur arbeiten, den ganzen Tag arbeiten. Ich glaub nicht, Daniel, ich glaub nicht. Murder Mystery bei der Arbeit. Oh, oh, stimmt. Ey, ich springe im Sechseck, Leute. Ich springe im Sechseck. Okay, Sheriff. Gefühlt immer, wenn ich Sheriff war, war Daniel Mörder. Oder Mörderin. Dann ist meine Aufgabe jetzt erst einmal zu beobachten, herauszufinden, wer der verbixte Sheriff ist. Warum laufen wir alle drei jetzt hier die ganze Zeit rum? Wahrscheinlich sind sie jetzt wieder zu dritt. Was aber überhaupt kein Problem ist. Ich glaub, hier war jetzt die... Sind ja alle drei Angst voreinander? Weil wenn das es so ist, dann ist es nämlich Khan. Genau. So, hier kann ich nicht durch. Oh, ein bisschen Wasser wär jetzt nicht schlecht. So, wo sind die drei? Oh, das kann nicht schon wieder Khan sein eigentlich. Das kann nicht sein. Hä, wo sind die denn? It's not me. I'm not the drama today. It's not me. Das ist jetzt komisch. Wo sind die denn? Okay, da kommt Khan. Okay, jetzt sind wir alle hier. Also das heißt... Da kommt Khan. Natürlich ist es schon wieder Khan. Das kann nicht sein. Nö, Tom! Das ist nicht... Das ist nicht... Das ist... Das ist... Okay, Tom wurde erwischt. My time. Kämpt der jetzt an der Waffe? Ich krieg dich riesig. Alles, komm. Hol sie dir. Hol sie dir. Ja, super. Jetzt stehst du da. Du hast mich gesehen. Kämpein. Ja. Ja, ist ja gut. Kämpen ist uncool. Natürlich ist das uncool. Nein. Oh, das ist so stark. Mann, ich hatte sie gerade erst. Das ist so stark. Mann, bin ich gut. Bin ich gut. Ich weine. Ich gehe jetzt echt weinend wieder zurück ins Bett. Das hat schon wieder mich geschossen. Oh, Mann, ey. Also, Leute, das war heute das erste Mal Murder Mystery mit Tom, Lena und Khan. Zu viert hier. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe euch auch, auch wenn Lena und Tom nicht so oft Mörder geworden sind oder gar nicht. Kein einziges Mal. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Und bleibt uns für heute nichts anderes mehr zu sagen als. Ciao. Kau, kau. Tschö. Bye, bye. Tschö. 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 Tschö.